Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Part Creepy Road. Ja, beim letzten Part sagte ich zwar, es ist das Ende, aber ich habe mir nochmal angeschaut, wie man diesen blöden Gegner basht und wir probieren es jetzt einfach, dass dieser Kerl hier nicht einfach so ungeschont davon kommt. Sehe ich ja gar nicht ein. Okay, ich muss nicht weiter an die Karte stellen. So, so treffen wir ihn nämlich. Den neuen Schlinker. Wollen wir uns nämlich an die Kante stellen. Aber diese Fäuste, die kommen wohl nicht weit genug. Ich denke, wir werden es jetzt noch zwei, dreimal probieren müssen. Oh. 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 Oh my goodness, ich habe mir hier noch einen erwartenint. Oh. Oh. Ich bin hier noch großartig. Oh. 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 Der geht mir so auf den Sack. Das war ja schlecht. Das sah am Video so einfach aus. Wir müssen einfach stehen bleiben damit diese Scheiß Dinger an mir vorbeiziehen. Wenn ich springe, dann soll mich Dinger als recht sein und freiwillig. Das stimmt doch gar nicht. Steht zu dicht dran, ich muss das erstmal abchecken. Ich muss ein bisschen weiter hinter stehen, wenn ich zu weit vorne bin. Ich glaube diese Runde werden wir nochmal flöten gehen. Ja. Gut. Selbst wenn wir jetzt in diesem Part ihm den Krieg erklären. Wenn es das letzte ist, was wir in diesem Part tun, dann... Dann... Ach der Fettsack. Der ist so fies. Das war schon wieder zu weit weg. Okay das war ein paar Minuten. Ok, wir haben ihn gar nicht bedrohend. Schass ihn! Dieses Ausweichen, das kann ich nicht so gut. Alter, macht mich! Vielleicht muss ich einfach rausspringen, wenn der da aufdotzt. Das ist so ein Kackbus. Occhi! Hooray! Occhi! Repair yourself! Rock and roll! Hyper Slump! Occhi! Occhi! Hydra Man is here to save the day! Repair yourself! Hyper Slump! Hyper Bouching Break! Ladies and gents, this is probably the manager of your own life! Naft and naft of us, naft and naft and naft. Hyper Slump! Hyper Bouching Break! Warum schießt da eigentlich in die falsche Richtung? Hyper Bouching Break! das ist sogar noch ein Kackbender. Hyper Slump! Hyper Bouching Break! Ah, ich habe ihn nicht getroffen! Hyper Bouching Break! Ja, ich hab ihn getroffen. Das sind scheiß Geduldsbots, ja. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr gut. Egal wie lange es dauert, aber ich will ihn endlich mal geschafft haben, wie blöden Kerl. Ach warum, Harn, drehst du dich schon wieder in die falsche Richtung, du sagst. Drei Kreuze, wenn dieser Kack, was vorbei ist und wir wieder normale Level machen können. Also von so einem Superhelden möchte ich nicht gerettet werden. Der zerquetscht mich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Ja, Gott sei Dank. Oh, was für ne Schwergeburt. Mann ging der mir auf den Sack, aber wir haben es geschafft. Wir können endlich in das nächste. Auweia. Auweia. Auweia, 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 auweia. 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 Was ist das denn? Come on, was ist das? Okay Alter Rocket gun Alter Es läuft, es läuft, ich bin gar nicht mehr überrascht, wie dieses Spiel so nochmal einen aufsetzt, ne, also so Aber wirklich Ich hoffe, das Level ist einigermaßen hans Aber die Elepanten sind schon creepy, ne? Goldblast ist der Lashnikau, oh yeah Das hat sich viel als creepy Oh mein Gott, ey Oh mein Gott Jo, klar, ja klar Ja klar, why not Krieg ich nen Checkpoint? Nein, Moment Wir spielen Creepy Road Da warte ich kein Checkpoint Oh je, 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 mini Oh je, mini, mini, mini Das ist mal so ungefähr mit diesen scheiß Raketen, ne? Aber wie gesagt, wir spielen da Creepy Road Aber es ist 100 mal besser Als diesen komischen Idioten zu machen Goldblast ist der Kalashnikau Goldblast ist der Kalashnikau Oh, Leia? Neu Ah, es kann nichts passieren, wenn wir die Dinger bei Wernersprennen Das ist schon sehr abgefahren Oh yeah Krieg ich ein bisschen Muni? Wäre geil Alter Schwede Das ist so freaky Das ist so freaky Goldblast ist der Kalashnikau Goldblast ist der Kalashnico So So Also ein Checkpoint hätte diesem Level gut getan. Und wir spielen auch auf easy, vergesst es bitte nicht. Oh, das ist zu tief. Alles klar weiß ich bescheinend. Gut, einmal probieren wir es noch. Ansonsten werden wir es im nächsten Part weiterführen. Aber ich gebe nicht auf, ich will dieses Spiel durchziehen. Ah, noch einmal probieren wir es noch. Gold, bless the Kalashnikov! It's just sick, it's just sick, it's just sick. I'm not sure if you're sick, but I'm not sure if you're sick, but I'm not sure if you're sick. Wie so ein kranker Scheiß ist das, so ein kranker Scheiß ist das. Gut, alles klar. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, Kommentar und Like wäre schön. Und ich sage immer, bis zum nächsten Mal, euer Retrobasti. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020